Ich war weitsichtig und alterssichtig, hatte zwei Dioptrin, circa, und eine Lesebrille. Mir wurde eine künstliche Linse eingesetzt, Trifokale. Keine Schmerzen, am gleichen Tag auch noch für sich nicht gleich schlafen kann und am nächsten Tag war eigentlich nach der Nachkontrolle alles okay. Keine Schmerzen, nichts. Da habe ich eben den Schutz über die Augen gehabt, den habe ich dann am Abend runtergegeben, man hat was gesehen. An und für sich gleich ein bisschen verschwommen, aber man hat was gesehen. Und am nächsten Tag ist es eigentlich okay gewesen. Ich werde es wieder machen. Es ist halt gestört, wenn man einkaufen gegangen ist, dass man das Preisschild lesen will. Das hat man nicht können, Brille auf, Brille runter. Wenn es geregnet hat, Brille nass. Und das war an und für sich das Problem. Und darum habe ich das gemacht. Ich würde es so wieder machen, sofort wieder. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Untertitelung des ZDF, 2020